Die Menschen können mich sehen, wie sie wollen. Ich habe da keine Vorbehalte oder keine Wünsche. Ich lebe einfach mein Leben, so wie ich glaube, dass ich es leben muss und so wie ich glaube, dass ich andere Menschen mitnehmen muss, um ihnen ein Begreifen ihres Daseins zu geben. Der Ernst der Nutzung